Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Toto und weiter geht's mit Digga's Adventure und dem Event Odyssee, die gewöhnlichen Menschen. Und da geht's direkt mit dem Schatz weiter, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Rot ist unten rechts. Grün ist in der Nähe. Grün ist in der Mitte. Und blau war da. Ja, okay. Okay, so, den mit. So. Und wieder zurück. Und weiter. Und noch eine Runde. Okay. Okay. Und dann geht's jetzt da weiter. Okay. I'm out. I'm out. Ja. Gut. Ähm. Ach komm. Okay. Hm. Wie auch. Wie auch. Wie auch. Können Princessanaутen. Komm. 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 Das ist so, hebe ich mal ein, gut und aus Versehen Es geht nicht. Okay, dann muss ich den so rumpacken. Nein. So. Dieses da. Tor ist aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und da unten raus. Und da unten raus. Und da unten raus. Und da unten raus. Untertitelung. BR 2018 Und schon wieder gönnt ich ja sonst nichts. So. Den Stern, das Teil, die nächste Ecke. Was haben wir hier, Foto? Nein. Nein. Und schon wieder. Ja. Gut, und dann haben wir die noch hier. Jetzt mal gucken, was haben wir da oben. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Dann gucken wir jetzt mal hier rein. Hier ist das Foto. Okay. 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 Was haben wir denn hier? So. Da haben wir noch ein paar. Die lässt mich da nicht dran. Okay. Moment mal gerade. So. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Hier. Ja. Das war das. Ja. Okay. Das ist gut. Das bist du. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Ach so. Da fehlt aber noch einer. Ne. Doch nicht. Okay. Das heißt. Jetzt erstmal den da runter. Das ist einmal. Nö. Mach ich so rum. Ach so. Da ist ja auch schon so einer zum drüber laufen. Okay. So. Dann geht das so. und so und so und so und so und so. So. Gut. So. Mal den drehen. Gut. Dann kommen die beiden Linger da dran. Ups. Dann können die ganze nichts wieder zurücklatschen oder weiter. dann. Da runter. Gut. Gut. Das ist ja auch schon. Gut. 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 okay den Fettflecken, das, 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 das. So, weiter geht's. Ja, ich struhne Füße weh und die arme kleine, die geht ja mit Laufmussatz, das ist wirklich so. Was ist denn? Zuerst ist das da, Kling. So, dann mache ich dich und dich und dann auch direkt hinterher. Als erstes ist IT dran. Einmal. Bist du dran? 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 Das bist du. Das ist Mo. Den ziehe ich direkt hier rüber. Der geht da rüber. Du gehst da rüber. Du gehst da rüber. Du gehst da rüber. Da war einer zu weit. Und da drüber, zack, ok. Gut. Ok, haben wir da unten noch irgendwas? Nein, aber da geht was. Ich muss mal eine Foto sehen, ok. Und wieder zurück. So. Lichter sind auch an. Sehr schön. Was haben wir denn? 2, 4, 6 Stück noch? Ja. Das habe ich jetzt da hoch. Das ist aber nett, ja. Mhm. Und ich warte schon auf diese tolle Gabel da. Gabel da mit. Ich vergete, ob ich es probieren kann. Guten Appetit, Freunde. Das Bankett kann beginnen. Die beste Gabel aller Zeiten. Ja, schick. Ja gut, dann bedanke ich mich für Euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen. auf meinem Gaming Kanal. Toto spielt auf YouTube, auf Twitch und auf Kik. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss, sagt Dir Toto. Ja gut. Ja gut.